Als wir neulich zusammen in Dublin unterwegs waren, du lachst, stimmt aber wirklich, ist ungefähr zwei Jahre her, das ist neulich, da sahen wir, wie ein junger Mann mit karottenrotem Haar eine junge Frau dadurch zu bezirzen versuchte, dass er zu ihr sagte, über dich und diesen Abend werde ich ein Lied schreiben. Hat er leider gemacht und es ist leider gar nicht so schlecht geworden. Deswegen spielen wir für euch heute ein Lied von einem Mädchen aus Go Away. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF,